Vandalen haben sich im Hoyerswerda Stadtzentrum an einer Telefonzelle ausgetobt. Sie ließen bei ihrem Zerstörungsakt nahezu keine Scheibe ganz, rissen die Deckenlampe aus der Verankerung und brachen einen Technikschrank auf. Die Telekom plant nach eigenen Angaben jährlich eine Million Euro für die Reparatur und Instandsetzung von zerstörten Telefonzellen ein. Geld, das sicher sinnvoller eingesetzt werden könnte.